Willkommen zu einem weiteren Artemis Suite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Playlist der Artemis Suite. Eine Playlist eignet sich besonders für den Vergleich mehrerer Geräusche und bietet Ihnen eine Möglichkeit, Geräusche zum Beispiel anhand Ihrer dokumentierten Eigenschaften zu sortieren. Um eine neue Playlist zu erstellen, gehen Sie auf File und New und bewegen Dateien oder Marken per Drag & Drop in die neue Playlist. Alternativ können Sie Dateien im Head Navigator oder Marken in einem Pool Project markieren und mit einem Rechtsklick und Open With in einer neuen Playlist öffnen. Nun öffnet sich eine Playlist als neues Dokument, in der sich alle zuvor markierten Elemente mit zugehörigen Informationen aus der Systemdokumentation befinden. Mit einem Rechtsklick auf die Informationsleiste können Sie einzelne Punkte ein- bzw. ausblenden. Sortieren Sie die Elemente in einer Playlist anhand dieser Eigenschaften oder einfach per Klicken und Halten. Klicken Sie auf das Playback-Symbol und die jeweilige Marke wird abgespielt. Für die Wiedergabepegel der Geräusche können Sie unterschiedliche Modi wählen. Im Automatic-Modus werden alle Geräusche soweit möglich gehörrichtig wiedergegeben, außer Ihr Pegel überschreitet den eingestellten Hearing Protection Level. Die Voraussetzungen für eine gehörrichtige Wiedergabe finden Sie in der Onlinehilfe der Artemis Suite. Im Normalized-Modus werden alle Geräusche mit demselben Pegel, dem eingestellten Comfort Level, wiedergegeben. Den Comfort Level können Sie in den Options festlegen. Gehen Sie dazu auf Tools, Options und Playback. Damit werden mit der Einstellung Normalized relative Pegelunterschiede ausgeglichen und alle Geräusche mit dem hier festgelegten Comfort Level wiedergegeben. In den Options können Sie auch den eben erwähnten Hearing Protection Level festlegen. Setzen Sie im Normalized-Modus bei der Einstellung Comparable Levels einen Haken und das Signal mit dem höchsten Pegel wird mit dem eingestellten Comfort Level wiedergegeben. Alle anderen Signale der Playlist werden dann mit einem geringeren, aber bezogen auf dieses Signal korrekten Pegel wiedergegeben. Unter dem nächsten Dropdown-Menü können Sie einstellen, wie der Geräuschwechsel während der Wiedergabe erfolgen soll. Mit der Einstellung Always from Beginning wird jedes Geräusch immer von Beginn an abgespielt. Unter der Einstellung Time Synchronous erfolgt der Wechsel abhängig vom Zeitpunkt der Wiedergabe des vorherigen Geräusches. Wird zum Beispiel ein Geräusch für 5 Sekunden wiedergegeben und dann auf den nächsten Eintrag in der Playlist geklickt, erfolgt die Wiedergabe des neuen Geräusches ab 5 Sekunden Länge. Dies erleichtert Ihnen den Vergleich mehrerer Geräusche mit ähnlichen akustischen Ereignissen über der Zeit. Der Wechsel von Geräusch zu Geräusch während der Wiedergabe ist auch drehzahlsynchron möglich, vorausgesetzt Ihre Geräusche enthalten ein Drehzahlsignal. Mit der Einstellung RPM Synchronous startet die Wiedergabe eines Geräusches bei einem Wechsel mit der Drehzahl des zuletzt wiedergegebenen Geräusches. Standardmäßig wird der Name der Datei auch als Name des Eintrags in einer Playlist verwendet. Klicken Sie in den Properties einer Playlist unter Display Name auf das Hinzufügen-Symbol. Damit können Sie andere Informationen der Datei, zum Beispiel aus der User Documentation, als Namen der Playlist-Einträge verwenden, wie in diesem Fall den Lebensmitteltyp. Unter Colors können Sie den unterschiedlichen Namen farbliche Markierungen geben, die vor allem in der Kachelansicht einer Playlist hilfreich sein können. Klicken Sie dazu auf das Kachelsymbol in der oberen Leiste der Playlist. In dieser Ansicht können Sie die Geräusche durch einen Klick auf die jeweilige Fläche wiedergeben. Neben den Einstellungen zur Darstellung des Textes steht Ihnen in der Kachelansicht die Funktion Hierarchical Grouping zur Verfügung. Unter diesem Punkt können Sie sämtliche Informationen einfügen, die für Ihre Geräusche verfügbar sind. Fügen Sie zum Beispiel einige Informationen aus der User Documentation ein. Die Ansicht der Playlist ändert sich, je nachdem, welche Informationen Sie unter Hierarchical Grouping eingefügt haben. Diese Funktion eignet sich besonders für eine Playlist mit vielen Einträgen, da die eingefügten Informationen als Suchkriterien verwendet werden können. Somit haben Sie die Möglichkeit, Geräusche nach Ihren dokumentierten Eigenschaften zu sortieren und direkt miteinander zu vergleichen. Ändern Sie die Reihenfolge des Hierarchical Grouping mit Hilfe der Pfeilsymbole. Somit finden Sie unkompliziert bestimmte Geräusche anhand der zur Verfügung stehenden Dokumentation. Damit haben Sie einen Überblick der Funktionen einer Playlist gewonnen und können diese nutzen, um Geräusche perzeptiv miteinander zu vergleichen. Mit Hilfe des Hierarchical Grouping ziehen Sie außerdem den idealen Nutzen aus gut dokumentierten Daten, indem Sie auch unter sehr vielen Einträgen schnell die gewünschten Geräusche finden.